Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal weiter, oder? Gehen wir direkt nach rechts? Wir gehen direkt nach rechts. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo hinkommen oder nicht. Das freut mich jetzt schon mal, dass wir den auch noch besiegt haben. Sehr schön. Lass mal ein bisschen Leben auffüllen hier. So. Da geht es auch runter. Kann sein, das geht noch weiter. Da geht es doch auch weiter. Oh, oh, oh. Au. Au, 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 au. Irgendwo ist doch hier schon wieder ein Würmchen. Was ist denn das? Oh, Geld! Geld, 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 Geld! Da hast du das andere Würmchen. Ah! Ich will nicht sterben! Yay! Juhu! Frei, frei, frei! So, hier geht es aber nicht mehr weiter. Hm. Lecker, schlauer Schleim. Und eine Truhe. Geo! Money, money, money! Sehr schön. Okay, dann hat sich das ja schon mal gelohnt. So kann es gerne weitergehen. Oh! Da geht es auch schon wieder irgendwo hin. Habt euch gesehen. Hey! Nies mal nicht. Da ist ja auch schon wieder Money hier. Money, money, money! Da geht es auch schon wieder weiter. Über all irgendwelche geheimen Höhleneingänge. Ja, 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 ja. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Überall Geld. Voll cool. Oh, da geht es ja auch noch weiter. Oh! Oh, was haben wir denn da Schönes? Es stützt überall alles ein. Siegel von Highlands Nest haben wir nochmal. Sehr gut. Hier scheint überall etwas brückelig zu sein. Muss mal aufpassen, wo man hintritt. Ah, hier ist offen. Okay, hier möchte ich aber noch nicht lang. Hatten wir so einen Fisch schon mal besiegen? Ich glaube nicht, ja. Aber den... muss ich sagen, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt mit meinem zwei Leben hier... ... aber besiegen. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt drauf gehen. Ich hab gesagt, ich möchte nicht drauf gehen. Verdammt! Okay, dann können wir da gleich einmal runter. Wenn wir jetzt hier... Kommen wir hier irgendwo runter? Hier geht's runter. So, hau ab! Hehe. Ich möchte gerne zu meiner Seele, wenn ich das darf. Ah, jetzt geht's! Interessant. Komm mal her. So. Wir sind nicht gleich so. Immer muss ich erst drauf gehen. So. Okay, wo sind wir denn jetzt? Am Strand, oder was? Hier waren wir definitiv noch nicht. Blauer See. Okay. Das schaute düdelisch aus. Gleich kommt das nächste Monster. Ein kleiner Swimming Pool. Da würde man in der Theorie zumindest irgendwie hochkommen. Sind wir am Strand. Ist da auch schön. Strandurlaub. So. Können wir da irgendwas machen? Wir haben natürlich keine Energie. Da lacht sie wieder. Da lacht sie wieder. Jetzt sind wir wieder bei der Karte... Ah, alles klar. Bei der ewigen Ruhrstätte gelandet. Okay. Hey. Uhuhuhuhu. Okay. Gut, dann schwimmen wir hier einmal nochmal zurück. Wir haben gerade leider keine Energie ansonsten würde ich versuchen, da oben hochzukommen. zu kommen. Was ist denn dieses Herzknochen? Okay, schauen wir erstmal weiter. Ah stimmt, das gehörst rummachen. Warte denn, lass uns das noch mal kurz testen. Wird da jetzt irgendwie von drüben einmal rüberfliegen können? Da ist ja dazwischen so ne fliegende Ente, da kommen wir bestimmt hin. Aha! Nein! Aha! Da ist wieder so ein ranziges Ei. Ja, das holen wir uns doch mal fix. Ach, komm her. Schaut immer noch irgendwie aus wie so ne komische heruntergekommene Ananas. Ein einziges Ei. Ja. So, jetzt können wir einmal zurückhüpfen und mal gucken, wo es denn da rechts weiter geht. Ob man da noch irgendwie hinkommt. Ob wir da gerade noch hinkommen oder nicht. Genau, jetzt einmal hoch. So, hier werden wir auf alle Fälle noch nicht hochkommen. Die Frage ist, ob wir jetzt rechts noch hochkommen. Aber ich glaube fast nicht. Aber ich glaube fast nicht. Ich dachte gerade, dass irgendwas weiter so komisch geleuchtet hat. Der Toten gedacht. Reulige Motte. Träume geehrt. Und hier haben wir nur noch ne Läuferstation, oder? Äh, genau. Das war Cornify. So, dann holen wir uns einmal aus. Kann ich hier gar nichts machen. Kann ich hier gar nichts machen. Kann ich hier gar nichts machen. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Okay, wenn wir hier nichts mehr haben, dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, mal schauen, ob wir da mit dem Fahrstuhl runterkommen. Probieren wir das doch einfach mal. Meine Freunde sind wieder da. Ha, 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 ha. So. Genock mit dir! So, dann einmal nach unten. Schön. Wie sind das immer noch Adelige? Ich glaube, das sind Adelige. Kann sein, da ist ein Fahrstuhl. Das könnte weh tun. Dann machen wir weiter nach unten bitte. Jaaa. Da komm ich... Okay, da komm ich lang. Tschüss. Klingt mit euch. Er brucht wohl auch einfach nur wild durch die Gegend, oder? So, einmal die Bank, einmal ausruhen. Immer gut. Und da oben komm ich nicht ran. Okay, Flügel haben wir leider noch nicht. Okay. Dann gehen wir weiter nach links. Zu einfach ist das. Ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden. So, mal statt der Träumer. Da ist doch irgendwie eine Maske. Schaut zumindest so aus. Aber wahrscheinlich, wenn man nach oben krabbelt irgendwie. Äh... Mal, lass nochmal kurz ein Stückchen zurück und da nochmal nach oben. Okay. Ist hier noch irgendwas? Da kommen wir auch nicht hin. Wie es ausschaut. Nee, da kommen wir nicht hin. Verdammt. Okay. Wo können wir denn noch hin? Dann... Zeig mal nochmal die Karte. Wo altes Becken könnte man noch. Und tiefen, da ist ganz unten lang. Und dann irgendwo bei Pilzöde, da geht es auch nochmal irgendwie runter. Okay. Dann zutschen wir da jetzt einmal da runter. Dann nach links und dann noch weiter nach unten. Klingt nach dem Plan. Aua. Ja, so nicht. Jetzt bin ich fast die falsche Richtung lang gelaufen. Hier müssen wir runter. Da. Einfach fallen lassen. Oh. Vorsichtig fallen lassen. Au. Hier könnte auch mal jemand staubkehren. Ach, hier waren ja meine komischen Freunde. Okay. Das heißt, einfach nur nicht nach unten fallen. Nicht. Wo ist der? Verdammt. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Oh. Oh. Verfolgt mich doch nicht. Bisschen geht nicht mehr. Ich möchte doch mal in Ruhe. Oh. Wahnsinn. So. Aber. Hier müssen wir eh runter. Schauen. Falsches runter. Anderes runter. Warte mal. Hier haben wir doch noch. Betrachten. Ein Mechanismus mit einem Spalt für eine Art Karte. Warenkarte einstecken? Passiert irgendwas? Aha. Aha, aha. Schauen sie mal. Hm. Okay. Da waren wir auch noch nicht. Okay. 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 Aber erstmal kurz runter zur Bank. Einfach fallen lassen. Wird schon schief gehen. Wie, jetzt hier ist Cornify noch, oder wat? Das ist ein wehrter Weg zurück zum Laden. Ich werde mich noch ein wenig länger ausruhen. Aber nicht zu lange. Ich will ja nicht, dass Iselda sich Sorgen um mich macht. Jo, na dann. Entspannen sie sich hier ruhig. So, dann einmal ausruhen. So, hier müssten wir jetzt eigentlich lang kommen. Düsenantrieb. Oh. Wie gemein. Aber da war Geld dazwischen. Verdammt. Ich möchte dieses Geldstück haben. Geht doch. So. So. Die Hälfte ist zwar unten drauf gegangen, aber ist ja egal. So, hier waren wir noch nicht. Das ist ein bisschen windig. Kann das sein? Okay, da kommen wir noch nicht hoch. Hier ist zumindest nix, aber hier kann man noch runter. Okay. Okay. Was war das jetzt schon wieder? Irgendwelche kleinen Leuchteglibberwesen. Da hast du schon wieder Geld. Das habe ich doch gesehen. So, gib mir das Geld. Wo geht's denn hier jetzt lang? Tut das weh? Wahrscheinlich schon. Ich... Uh. Oh. Oh. Okay. Was ist mit ihm mal verkehrt? Der kotzt dich erst mal aus. Boah, das war ja jetzt nicht so spektakulär. Etwas Kürbismasse. Oh. Oh. Ah. Ich dachte, jetzt sind wir das schon so schön entgangen. Aber nein. Ich muss natürlich da reinfallen. Natürlich. Und wo krabbeln diese komischen kleinen Wesen hin? Das kann doch schon wieder nur eine Falle sein. Ist er noch weiter? Wir sind verschwunden. Okay. Nö, da kommen wir nicht hin. Was? Haben wir jetzt gerade irgendwie einen Wüten gemacht? Okay. Das tut mir aber nicht weh. Hier sind überall so eine Spuckerviecher. Au. Ich sollte vorher runtergucken. Hätte ja klappen können. Was ist denn verkehrt mit diesem Ding an? Aha. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Au. Alter, wie viele Picher sind das? Ich hab gesagt, wir sind in der Hölle gel- Oh. Was ist das? Was? Betrachten. Ein einfacher Schlüssel. Oh. Okay. Wir krabbeln einfach mal in das Vieh rein. Hier geht's nicht weiter, oder? Okay, das ist echt spooky. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Das ist echt gruselig. So. Du kotzt mich da auch gleich wieder voll. Aua. Au. Wenn er sich sonst schon nicht wehrt. So. Geht's hier hoch. Geht's hier hoch. Geht's hier hoch. Los, Kusch. Ich muss hier lang. Ja. Wie viele gibt's denn von diesen Viechern? Ist ja Wahnsinn. ein Stück halt. Irgendwas passiert, wenn man alle von diesen Viechern umbringt? Au. Was? Wie? Wo? Da ist der Blubbel. Wahnsinn. Hier kann man noch nicht mal einen Gedanken zu Ende fassen. Dann geht man schon fast drauf. Ich würde erwähnen, dass eine Bank geil wär. Ja. Und wieder einfach ab. Stirb, was auch immer du bist. So. Hier haben wir jetzt schon mal irgendwie einen Weg freigeschalten. Ah. Und au. Und hier sind wir gekommen, wollte ich sagen. Dann würde ich gerne noch einmal zur Bank. So. Speichern. Und dann geht's weiter nach links. So. Wieder zurück. Oh. Oh. Das war zu früh. So. Jetzt. Oh. Da geht das Tor runter. Wir sind, glaube ich, wieder in einer Boss-Arena gelandet. Das schaut tödlich aus mit dem ganzen Sturm etc. Also ich glaube, der könnte etwas härter werden. Lassen wir uns überraschen.